Hallo Nils, herzlich willkommen beim Kassenzone.de Interview heute auf dem Plenty Markets Kongress. Ich hoffe, dass hier in Münter Grund jetzt nicht ganz viele Leute reinlaufen in den Vortragssaal zum Thema Online-Handel. Ist aber gerade die Mittagspause, da kommt keiner. Zum Thema Online-Handel. Sag mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Nils Blum, Multishop-Betreiber auf Basis von Plenty Markets. Das heißt, wir haben uns vier Nischenthemen ausgesucht und betreiben dann jeweils einzelne die Stores daraus. Aus einem Backend heraus. Was sind das für Nischen? Also prinzipiell ist das einmal der Lichterketten-Experte.de. Das ist ein Dekorationsshop primär für Lichterketten. Das ist aber auch ein bisschen erweitert um Deko-Kerzen und solche Geschichten. Und der zweite Part, das ist halt Veranstaltungstechnik. Alles, was mit Party zu tun hat. Laser, Spiegelkugeln, alles. Und kannst du mir etwas zu deiner Historie erzählen? Also A, wann hast du das angefangen? Warst du schon immer auf Plenty Markets? Und wie groß ist das Ganze? Und wie bist du eigentlich zu diesen Nischen gekommen? Ja, okay. Also ich habe mal im Bereich Wirtschaft eine Ausbildung gemacht. Und bin dann ins Webdesign reingerutscht. Das heißt, so ganz klassisch. Hat mich interessiert im Internet, habe ich Webdesign gemacht, zwei Jahre. Bin dann aber an den Handel gekommen. Das heißt, irgendwie war es spannend, Online-Produkte zu verkaufen. Auf Basis von OS-Commerce damals noch. Habe das dann viele Jahre gemacht. Und dann sind wir vor vier Jahren auf Plenty Markets gewechselt. Und waren es da schon mehrere Nischen? Nee, damals war es tatsächlich noch nur der Party-Shop. Dann haben wir irgendwann festgestellt, wenn wir bei dem Party-Shop andere Artikel listen, verkaufen die sich zwar aber nicht besonders gut. Wir hatten dann seltsamerweise die Verbindung zu Lichterketten. Haben die mit eingegliedert. Haben sich nicht besonders gut verkauft. Das Umfeld stimmte halt nicht. Und haben dann eine Ausgliederung gemacht. Haben gesagt, okay, wir machen dann wirklich einen Shop, der sich nur auf diesen Kernbereich konzentriert. Okay, also das würde ja schon mal die These stützen, dass wenn man sich in seinem Shop konzentriert, dann die entsprechenden Online-KPIs, Conversion-Rate, Warenkorb-Höhe deutlich besser sind. Also das beobachtet es durchaus. Also es hat sich verdoppelt. Von dem Ursprungs-Shop, wenn jemand nach dem Key Lichterketten gesucht hat, dann war die Conversion halb so hoch wie in dem neuen Umfeld, in den neuen Lichterketten-Experten. Key. Damit sagst du ja auch ein gutes Stichwort. Woher kommt denn euer Traffic bei den Shops? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert über die letzten vier Jahre? Das hat sich gar nicht groß verändert. Also es ist nur ein weiterer Kanal dazugekommen. Also wir haben zum einen natürlich SEO-Traffic, worauf wir natürlich immer versuchen zu optimieren, wie es jeder versucht natürlich. Dann haben wir noch diese ganz normale SEM-Geschichte. Das heißt, AdWords sind immer noch ein Kernthema von uns. Da hat man nur die Problematik, die steigen halt die Kosten für diesen Bereich. Das heißt, dann wirklich seinen Ertrag rauszuzielen am Ende des Tages wird immer schwerer. Also die AdWords-Intensität für das Keyword Lichterkette nimmt zu bei Google AdWords. Ja, also nur als Beispiel. Als wir angefangen haben, hat das Key 7 Cent gekostet. Heute zahlen wir 35 Cent. Also eine Verfünffachung des Preises. So. Dann ist natürlich das Problem, bekommt man das am Ende des Tages noch gewinnträchtig verkauft, das Produkt. Achso. Hat er auf der anderen Seite dann auch einen Margenverfall? Also werden die Produkte billiger im Markt angeboten? Das heißt, ihr seid in so einer Preisspirale? Nee, glücklicherweise nicht. Also dadurch, dass Lichterketten und Dekoartikel selten echte Marken besitzen in diesem Bereich, sind wir nicht davon abhängig, einen bestimmten Preis mitgehen zu müssen. Eine 100er-Weihnachtslichterkette kann man nicht einfach googeln und sagen, dieses Produkt finde ich jetzt woanders günstiger. Das heißt, letztlich ist unsere Marge gleich geblieben und teilweise sogar noch gestiegen. Also die Margen in diesem Bereich sind sehr hoch. Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt diesen Erfolg mit diesen fünf Nischen-Stores, die jetzt auf Plenty aufgebaut habt, das heißt, ihr habt ein Warenwirtschafts-Backend auf Plenty ERP und habt dann die fünf Nischen-Shops vorne drauf erlaufen, was sich ja für euer Geschäftsmodell dann entsprechend auch gut eignet. Würde das dann nicht bedeuten, dass ihr euch noch in mehr Nischen spezialisieren könnt und dann die LED-Lichterkette sozusagen mit LED-Lichterketten-Shop noch ausgründet versus den, ich weiß gar nicht, was die Alternative ist, normale Glühbirn-Lichterketten wahrscheinlich? Genau, genau. Hat das nicht Sinn oder bis zu welcher Stufe geht das eigentlich? Also der Nischenmarkt muss halt immer noch groß genug bleiben. Das heißt, der Lichterkettenmarkt an sich ist schon nicht so riesig, als dass ich jetzt auch noch da aufteilen würde. Unter Lichterketten kann man halt auch Lichtschläuche und sowas verkaufen. Aber jetzt ein rein Lichtschlauch-Onlineshop, da sei mal so dahingestellt, ob ich das machen würde. Aber im Kern gibt es natürlich noch genug Nischen, wo man mit Fachkompetenz halt gerade sowas wie Amazon und so überbieten kann. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die ersten OS-Commerce Jahre, in denen du angefangen hast, so ein bisschen mit diesen Nischen zu experimentieren oder mit der Party-Nische zu experimentieren, wohin ist da die Reise gegangen? Also was ist schwieriger geworden und was hat sich da entwickelt? Ja, also grundsätzlich, als wir angefangen haben, das liegt jetzt irgendwie acht Jahre zurück oder so müsste das ungefähr gewesen sein, war der Zugang zur Technologie schwieriger. Das heißt, es gab noch nicht so viele fertige Systeme am Markt, man musste halt noch selbst programmieren, wirklich in die Systeme rein. Heute ist es so, der Bereich der Technologie, der Zugang ist sehr einfach geworden. Zum Beispiel Jimdo Shops oder sowas, eins und eins, der gleiche Technologie damals gewesen. Man kann also sehr schnell starten, Produkte zu verkaufen, nur das Verkaufen am Markt ist dann halt schwieriger geworden, weil einfach viel mehr Konkurrenz herrscht. Okay, also es gibt mehr Wettbewerber, also potenzielle Wettbewerber, die jetzt ja auch wie hier auf dem Handelskongress sich überlegen, steige ich jetzt mal ein mit Plenty. Es gibt ja glaube ich auch viele neue Nutzer, die sich dann diese Produkte einkaufen und online handeln. Wo kauft ihr denn die Produkte ein? Also bezieht ihr die direkt aus China? Fährst du zu den Handelsmessen nach China? Holst du die hier aus Deutschland aus irgendwelchen Messen? Oder habt ihr da so starke Herstellerbeziehungen, dass das einfach virtuell schon funktioniert? Also wir haben sehr enge Lieferantenbeziehungen, aber wir importieren nicht selbst. Ich sag mal, auch gerade was Lichterkettenkerzen und sowas angeht, da sind die Einkaufspreise eh relativ niedrig, wenn man jetzt nicht auf Markenprodukte setzt. Das heißt, der Import, der könnte dann zwar natürlich noch die Marge etwas optimieren, aber die Risiken, die verlagert werden, die gleicht das für uns nicht aus. So und in dem anderen Bereich, in dem Veranstaltungstechnikbereich ist das auch, das läuft halt auch über die deutschen Importeure. Da werden wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht eigene Produkte einführen. Natürlich als White Label, also dass das für uns mit importiert wird mit unseren Produkten, das steht definitiv zur Debatte. Wir hatten ja vorher eine Fragerunde in dem Hörsaal hier. Da ging es auch um das Thema selektiver Vertrieb. Du bist jetzt ja einer dieser bösartigen Onlinehändler aus Herstellersicht. Du hast einfach nur irgendeinen Onlineshop, bei dem du die Produkte einstellst. Wie hat sich denn da die Sicht der Lieferanten auf euer Geschäft verändert in den letzten Jahren? Sind da sensibler für geworden? Gibt es jetzt viel mehr Onlinehändler, die da aktiv sind? Haben die mehr Kompetenz bekommen in der Auswahl ihrer Onlinehändler? Wie schätzt du das ein? Ja, auch da. Party und Dekoschiene komplett unterschiedlich. Partyschiene ist total darauf eingestellt. Das heißt, als der Trend aufkam Videos zu drehen für Produkte, für Laser, für Lichteffekte, für alles. Das haben die komplett unterstützt und das wurde halt auch alles forciert. Das ist auch total auf den Onlinehandel umgemünzt worden. Natürlich noch klassischer Handel, aber es ist sehr stark fokussiert worden. Im Dekobereich ist es so, da sollte man heute immer noch ein Ladengeschäft besitzen. Da fürchten die Hersteller immer noch darum, dass man die Preise unterbietet als böser Onlinehändler. Und da ist es teilweise schon sehr schwer, überhaupt an diese Beziehung ranzukommen. Und hat er recht? Also musst du im Preiswettbewerb aktiv sein? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass es eigentlich nicht so stark vergleichbare Produkte sind. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der über das Thema Lichterkette auf deinen Shop kommt und Lichterketten kauft, ist er gar nicht so preisaffin, weil er gar kein Preisgefühl hat. Der sieht einfach die Range der Produkte und denkt sich, naja, das ist der Lichterketten-Shop. Der wird wahrscheinlich günstige Preise haben, also kaufe ich da. Also musst du im Preiswettbewerb aktiv sein oder handelst du die Produkte auf Amazon und stößt damit auch ein bisschen die Preisspirale an? Nein. Also es kommt ein bisschen darauf an. Wenn man Markenprodukte hat, dann kommt man nicht drum herum, dass man bestimmte Preisrunden mitmacht. Nur, es ist halt auch teilweise vorgegeben, in welchen Bereichen sich das aufhält, die Preise. In dem anderen Bereich ist es tatsächlich so, da ist es völlig irrelevant. Ich muss nicht eine Lichterkette zwei Euro billiger machen, damit ich sie verkaufen kann. Das spielt keine Rolle in dem Moment. Okay. Und was bedeutet das so ein bisschen? Also wenn du sagst, die Lieferantenbeziehung ist im Lichterkettenbereich schwerer geworden und im Tati-Bereich nicht. Und diese Fähigkeit, das am System rumzuschrauben und die richtigen Online-Marketingmaßnahmen zu wählen, da habt ihr ja auch relativ viel dazugelernt in den letzten Jahren. Wenn jetzt hier in den Raum ein junger, ambitionierter, neuer Online-Händler kommt, der sagt, ich möchte es auch ausprobieren, ich glaube nicht mehr daran an das stationäre Geschäft von meinen Eltern, ich möchte es irgendwie testen. Könntest du das empfehlen? Solltest du eine Nische suchen? So war das, als ich mich zumindest mit dem Thema OS-Commerce auseinandergesetzt habe. Da ging es immer darum, such dir eine Nische. Da gibt es überall noch Produktnischen und Keywords und dann holst du dir ein bisschen Traffic rein und so fängst du an. Ist das heute noch so? Ja, ich glaube, das ist immer noch möglich. Ich glaube, in dem Moment, wo man eine Nische findet, die ein halbwegs ein großes Marktvolumen besitzt und man dort etwas besser machen kann als die anderen, dann wird es funktionieren. In eurer Diskussionsrunde gerade war das halt spannend. Man muss nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern in der Nische halt besser sein als jemand anders. Das heißt, in dem Lichterkettenbereich ist das zum Beispiel so, wir nehmen nicht nur einfach eine Lichterkette und verkaufen diese eine Lichterkette, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, dass komplexe Systeminstallationen über uns geplant werden. Das heißt, es wird ein Service drum herum gebaut. Und wenn ich eine Möglichkeit finde, genau so etwas zu tun für einen Bereich, für den ich brenne, dann wird es funktionieren. Okay, also das würde es schon voraussetzen. Man muss sich für die Produkte, die man verkauft, auch interessieren, um dort irgendwelche individuellen Berater-Services zu schaffen und dann auch mit einem Lieferanten zu verhandeln. Guck mal, ich habe hier das beste Lichterketten-Erklärbär-Video. Haben wir zum Beispiel für Systemlichterketten, steckbare Lichterketten-Systeme. Sind wir der Einzige, der das gemacht hat? Wir sind laut Hersteller der Einzige, der es online verkauft bekommt. Und du hast gerade gesagt, das Volumen muss groß genug sein. Kannst du ein bisschen was zu eurer Struktur sagen? Also mit wie vielen Mitarbeitern arbeitest du auf diesem Plenty-System und in welche Umsatzregionen geht das eigentlich, so einem Nischen-Shop? Also im Kern sind wir lediglich vier Mitarbeiter. Einen für Logistik, Programmierung. Ich mache den operativen Bereich und dann haben wir halt noch einen klassischen Verkäufer. Dann gibt es noch ein paar externe für SEO und solche Geschichten. Und wir sind ungefähr auf dem Niveau von einer Million Euro Umsatz. Und davon machen wir über unsere eigenen Online-Shops ungefähr 85 Prozent. Das heißt, nur 15 Prozent laufen über externe Plattformen. Wenn man jetzt mal sozusagen eure vier Leute, wenn man sich mal anguckt, was machen die denn den ganzen Tag? Also das ist ja glaube ich eine Frage, die sich hier auf dem Händler-Kongress viele Leute stellen. Also ihr habt jetzt ja Produkte. Sicherlich müsst ihr auch neue Produkte mal einkaufen und auf entsprechende Messen fahren. Aber womit setzt du dich den ganzen Tag auseinander? Was ist dein größter Konzern? Was beschäftigt dich am meisten? Also ich mache viel Backoffice mit. Das ist natürlich eine Kapazitätsfrage. Das bearbeite ich ganz normal mit. Aber im Kern beschäftige ich mich permanent mit der Strategie. An welche Hersteller muss ich ran? Welche Online-Marketing-Maßnahmen müssen wir starten? All diese Themen, was halt das Unternehmen permanent voranbringt. Und die anderen sind halt eines für die Logistik zuständig. Da müssen wir halt in den Spitzenzeiten durch die Saisonware halt aufstocken. Nur Logistik, dann hast du noch einen Verkäufer. Ihr betreibt euer eigenes Lager auch? Komplett eigenes Lager. Also wir haben auch durch Plenty Markets die Möglichkeit innerhalb von... Also die schnellsten Pakete sind eine Minute nach Bestellung verpackt. Es ist wirklich so, wir haben uns halt eine... Same hour, da bist du ja schon... Es ist halt so, es gibt Screens im Lager. Sobald eine Bestellung versandfähig ist, wird das dem Mitarbeiter sofort angezeigt. Der kann sich sofort die Picking-Liste ausdrucken. Macht das innerhalb von einer Minute fertig, weil alles automatisiert ist. Und dann liegt es auf dem Wagen. Und dann wird diese... Glaubst du, dass diese Verfügbarkeit auf dieser schnellen Versand für euch ein Treiber ist im Geschäft? Absolut. Kann sich davon abheben auch von anderen Händlern, wie Amazon zum Beispiel? Ja. Also Amazon ist ja natürlich so, die haben ja praktisch alles auf Lager. Da muss man ja nie warten. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Produkte, die sofort lieferbar sind und wir haben auch eine Deadline eingebaut. Alles, was bis 15 Uhr bestellt wird, wird auch am gleichen Tag versendet. Da läuft dann ein Countdown runter. All diese Produkte verkaufen sich wesentlich besser als Produkte, wo steht zwei bis drei Tage Lieferzeit. Also wir schaffen es dann auch wirklich, wenn das 14.55 Uhr ist und es wird bestellt, dann geht das noch auf den Wagen, der um 15 Uhr abgeholt wird. Weil das bei diesen kleinen Teilen auch tatsächlich packbar ist in dieser Zeit. Okay, dann habe ich mal eine Frage, die sich auch so speziell eigentlich an diese Plenty Software richtet. Plenty als ERP kommt ja aus dem Pitch heraus, man kann viele Marktplätze bedienen und man kann besonders viele Absatzkanäle bedienen. Ja. Wie schätzt du das denn ein? Also sind eigentlich andere Marktplätze außerhalb von Amazon und Ebay überhaupt noch wichtig? Also prinzipiell eher nicht. Also wir haben ja Tegu Rakuten, wir haben mein Paket, alles getestet. Das gleiche Sortiment verkauft sich praktisch gar nicht. Also es ist halt so, wenn mal eine Bestellung reinkommt über so einen Marktplatz, dann ist das schon was Besonderes. Deshalb ist für uns prinzipiell nur Amazon und Ebay interessant. Und da selbst da sind wir, aber Ebay ist auch verschwindend ein geringer Teil. Das ist halt auch nur eine ganz Kleinigkeit. Trotz dieser Produkte, die ihr ausgewählt habt, weil ich meine so eine Lichterkette, also ich als Kunde würde die eher bei Ebay suchen als bei Amazon. Tatsächlich? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie stark Amazon selbst da ist. Laut Hersteller von den Produkten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir der drittgrößte Abnehmer davon und Amazon ist der größte. Das heißt in der breiten Masse verkaufen die das natürlich auch. Extrem. Ich selber bin gar kein Ebay Nutzer, also ich benutze es halt echt selten. Aber grundsätzlich ist es halt so, die meisten Verkäufe entstehen tatsächlich ganz klassisch Google Lichterkette auf unseren Shop verkauft. Ah ok. Und jetzt hat das Jahr jetzt gerade angefangen, jetzt sind wahrscheinlich die ersten großen Messen für die Weihnachtsmarkt auch schon durch. Was kann man denn von Rino Stores erwarten noch? Also hast du in diesem Jahr irgendwie große Schritte geplant? Baut ihr irgendwas neues auf Plenty? Kommt eine neue Nische? Es kommt eine neue Nische und zwar LED-Kerzen. Wir können die auch verlinken im Beitrag, das ist kein Problem. Gibt SEO-Traffic. Ja genau. Steigert unser Ranking. Auf jeden Fall. Es ist LED-Kerzen werden ausgebaut, weil das ist ein gehyptes Thema auch über QWC und Co. Die haben eigene Shows für diesen Bereich. Die Leute googeln das. Ganz viele Kunden rufen uns an, fragen nach LED-Kerzen und das wird sich in dem Umfeld auch massiv besser verkaufen. Was ist eine LED-Kerze? Das ist einfach eine künstliche Kerze. Das ist eine künstliche Kerze, wo einfach eine LED-Flamme brennt. Und das kaufen die Leute? Das kaufen die Leute, also wir verkaufen das ja jetzt schon, das kaufen die Leute zu Tausenden. Das ist halt, es gibt, es ist auch ein Produkt, was ja auch nicht, vielleicht nicht alle schön finden, aber in bestimmten Bereichen muss man das machen, weil es keine offene, es darf keine offene Flamme genutzt werden. Ah, okay. Für ein Altersheim zum Beispiel, typisches, typisches Anwendungsbeispiel. Hast du eine 90-jährige Oma da und die darf keine Flamme haben. Hast aber gleich eine Timer-Kerze, stellt sich jeden Tag an, stellt sich jeden Tag wieder aus, passt perfekt. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir nähern uns auch schon in den 20 Minuten schon wieder hier. Ach, okay. Wenn ich hier sozusagen da hinten in den Saal gucke, das ist ja die ganzen Aussteller, E-Commerce-Dienstleister und jeder dieser Dienstleister verspricht, wenn du sein Produkt nutzt, seine E-Mail-Marketing-Suite, sein Usability-Tool, dann wird alles viel besser. Wie wichtig ist das für dein tägliches Geschäft? Also ein paar Dienstleister sind relevant, alles was mit Zahlung zu tun hat, macht Sinn, aber jede Automatisierung von Online-Marketing zum Beispiel sehe ich persönlich kritisch. Automatisierung von Online-Marketing wäre zum Beispiel ein Tool, was die SEM-Kampagnen automatisch klickt. Korrekt. Haben wir gemacht. Zwei Jahre haben wir es getestet über einen externen Anbieter. Die Qualität ist massiv runtergegangen. Das heißt, das Tool hat primär auf Umsatz skaliert und nicht mehr auf einen Ertrag. Das heißt, eine manuell gepflegte Kampagne macht in dem Falle mehr Sinn, bündelt aber natürlich auch unsere Kapazitäten dementsprechend. Letztlich ist nur eins wichtig für diesen Nischenbereich. Erstmal Produkt kennen, beraten können. 30 Prozent unserer Bestellungen kommen per Telefon. Die ist überall präsent. Vernünftige Texte schreiben für die Produkte. Dann kann man diese ganzen externen Dienstleister eigentlich vergessen. Die braucht man dann nicht mehr. Wenn man den Kunden abholt, der Traffic da ist, das was im Online-Shop geboten wird, vernünftig ist und der Kunde, wenn er eine Nachfrage hat, auch noch anrufen kann und beraten wird, dann wird er es in der Regel auch kaufen. Okay, also du sagst, das wäre ein Plädoyer eigentlich für die Kernleistung, also Handel ist Kernleistung. Total. Und das, was wir sozusagen auf der Messe hier sehen, also von den einzelnen Optimierungsdienstleistern, das kann ab einer bestimmten Größenordnung sicherlich beifragen, um die Ressourcen einzusparen. Aber ganz am Anfang, insbesondere sind die meisten Plädoyer-Händler ja auch kleinere Händler. Also zwischen ein bis zehn Mann Buden, sozusagen ohne das respektiere ich zu meinen. Für die ist es, glaube ich, schwierig, so ein Tool so einzusetzen, dass es für die wirklich was bringt. Dann meine allerletzte Frage ist sozusagen, über welche Kanäle kommt der Kunde, ist für mich immer besonders interessant. Ja, da war ich noch gar nicht fertig vor. Genau, für euch, das Thema CRM, also den Kunden, wenn er einmal gekauft wird, wie wichtig ist das für euch und wie stark treibt das euer Geschäft? Geht das überhaupt im Lichterkerzenbereich? Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon eine Lichterkette gekauft habe. Es ist tatsächlich eher ein Wegwerfprodukt. Also wenn der Artikel nicht so hochfertig ist, dann ist es tatsächlich so, wir werden nächstes Jahr wieder gekauft. Also unsere Wiederbestellerate ist nicht besonders hoch. Also die liegt so bei 20, 25 Prozent der Kunden erinnern sich dann irgendwann wieder und bestellen dann nochmal. Es ist tatsächlich so, es sind fast alles Neukunden, die kommen. Okay. Es wird immer wieder gegoogelt. Also wir sind nicht so, dass ein Kunde uns als Marke wahrgenommen hat. Ist mein Geschäftsmodell also auch von Google im Wesentlichen abhängig? Vielleicht auch von anderen Marketingkanälen, wenn die mehr wachsen sollten? Ja, da haben wir schon lange Jahre auf ExcitingCommerce darüber diskutiert, über die Google-Falle. In der sind wir drin. Ohne Google könnten wir sofort zumachen. Im Moment weiß ich aber auch keinen Weg raus. Man kann sich natürlich auf der anderen Seite mit Amazon und Ebay halt in eine Falle begeben. Johannes Haltmann macht ja gleich einen Vortrag Marke werden. Das können wir uns ja mal gucken, ob das geht für euch. Ja, ihr macht es ja leider gleichzeitig. Ja, das stimmt. Das wird ja leider nicht funktionieren. Ansonsten, ja, Traffic ist übrigens noch Facebook, Social-Geschichten. Das ist auch noch ein relevanter Treiber. Okay, also gut, dann bringt euch auch ein CRM-Tool nicht viel. Das sagt ja auch der René Köhler von Fahrrad.de. Was bringt es ihn, wenn irgendjemand, der einen Fahrrad gekauft hat, jede Woche mit einer E-Mail zu nerven, wenn er sowieso erst in fünf Jahren wieder ein Fahrrad kauft. Wir machen nicht mal ein Newsletter. Okay, au! Dann ist hier, glaube ich, ein ganz begehrter Gesprächspartner für den einen oder anderen, der da draußen rum ist. Ja, sehr spannend. Dann bin ich gespannt auf eurer Nische und bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich auch. Und habe, glaube ich, noch viel Spaß hier beim Konkret. Vielen Dankeschön.